Wir brauchen eine aktive Kulturpolitik, die die kulturelle Vielfalt schützt, die Künstlerinnen und Künstlern eine Möglichkeit gibt zu arbeiten und die auch gleichzeitig die gesellschaftlichen Diskussionen schafft, dass wir auch eine biologische Vielfalt erhalten, dass wir Kreisläufe schaffen, dass wir auch Wirtschaftsformen schaffen, die die Vielfalt in der Kultur und in der Umwelt erhalten. Untertitelung des ZDF für funk, 2017